Willkommen zurück zu Battlefield 1. Einflussreiche Freunde in der Mission Totaler Krieg für den Angriff auf eine wichtige deutsche Frontfestung. Let's go! Wird auf jeden Fall geil. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich ab. Vertrau mir! Und schnall dich ordentlich an! Hol die Luftschiffe unter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Ja, sind ja nicht viele. Boah, was ist denn hier los, ey? Oh, verdammt! Ja, ja, immer mit der Ruhe, ey. Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Zerstöre feitliche Flugabwehrwagen. Ähm, okay. Du Scheiße, ey. Du hast ihn erwischt! Boah, ich muss hoch. Oh, oh. Oh, der war knapp. Boah, ey. Boah, ey. Ja. Ui owa. Oh, jonge jonge jonge. Gott, ey. Na, super. Das ist mein Gott, ist alle kalt, ey. Ja, ja. Oh, shit. Boah, hört sich nicht gut an. Oh, Gott. Alter, jetzt reicht's mir, ey. Komm her, hier, du Dreck-Sau. Oh, shit. Ui. Ja, komm her. Ich mach dich kalt. Ich mach euch alle kalt. Jawoll. Stoßflug. 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 Ja, ich bin dabei. Was geht denn hier ab? Sag mal, Rischi, was los hier? Ja, du Sau. Stürz doch ab, ey. Oh, ey. Ah, ja, ja. Oh. Mann, da brennt mir der Kittel, ey. Aber geil. Ging ja gut ab, ey. War nice. Hm. War ja gar nicht laut. So, und die Runde machen wir auf jeden Fall in den nächsten Part. Also haut da rein. Bis dann. Oh. 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 Oh.